Alle lieben Jimmy Blü! Aber was macht ihn so sympathisch? Nicht nur die Jurypunkte und Anrufe erstimmen, auch die Herzen fliegen Jimmy Blü Ochsenknecht, 26, nur so zu. Der Musiker fegt in diesem Jahr mit Hans-Profi Renata Lusin, 30, übers Leeds-Tanze-Paket. Von Show zu Show mausert sich der Schauspieler nicht nur zum Publikumsliebling, sondern auch zum heißen Favoriten des RTL-Formats. Aber wie kommt es zum Hüppe? Promiflas fragt beim Sympathieträger nach. Wenn der passionierte Koch die Bühne betritt, tobt das Publikum. Woran das liegt, das kann selbst gar nicht wirklich sagen, boah, ich habe echt keine Ahnung. Ich habe Spaß beim Tanzen, lache gerne. Es ist immer schwierig, das selbst zu beschreiben. Dafür liefert sein Tanzkoch eine Erklärung, Jimmy ist einfach authentisch und mega sympathisch. Außerdem ist er total gut erzogen. Er ist einfach ein richtiger Gentleman und zudem sehr intelligent, wo, schwärmt die Ehefrau von Profitinze Valentin, 31, gegenüber Promiflas. Allerdings ist es nicht nur seine Art, die überzeugt. Auch mit seinem Tanzthalen kann der Hundeliebhaber punkten. Ein weiter Grund für die Jemimania könnte seine aufgeschlossene und lockere Art sein. Woche für Woche kann sich Promiflas live vor Ort davon überzeugen, dass der Sohn von Natascha, 53, und Uwe, 62, Eiffel-Body-Starling ist. Während sich einige seiner Kollegen in den Werbepausen im Backstar-G-Bereich zurückziehen, tigert der Wahl-Berliner durchs Studio, ein Schwätzchen mit den Produktionsmitarbeitern hier, ein Tänzchen mit Jorge González, 50, dort oder kleine Alberein mit seinen Mitstreitern ist immer mittendrin im Geschehen. Keine Wunder also, dass der Sänger in diesem Jahr zu den absoluten Lieblingen der Staffel zählt. Oder was meint ihr? Stimmt ab! Alle Infos zu im Spezial bei rtl.de. Untertitelung des ZDF für funk, 2017